Hast du ein Lieblingskörperteil? Also mein Lieblingskörperteil ist definitiv mein Rücken. Hi, ich bin Anastasia. Ich gehe sechsmal die Woche zum Sport und ich achte sehr auf meine Ernährung. Ich zeige euch jetzt ein, zwei Übungen. Also man steht schulterbreit und stellt die Füße ein bisschen weiter auseinander. Und dann geht man in die Hocke, aber bleibt mit dem Rücken hinten und senkt an. Und dann geht man hoch. Und dann immer ganz langsam, bis man es merkt. Und dann wieder hoch. Warum ist der Sport wichtig? Es hilft mir einfach im täglichen Leben. Es macht dich schüttern, man hat mehr Energie. Und wenn man mal wieder zu viel hat, dann kann man sich einfach auspowern. Was macht für dich ein gutes Training aus? Ein gutes Training macht für mich aus, wenn man den Fokus halt zu 100% auf dem Training hat und sich von nichts ablenken lässt und einfach wirklich 100% geben kann. Würdest du deine Klasse als sportlich beschreiben? Meine Klasse ist nicht sehr sportlich. Die trinken eher und chillen und haben Musik. Aber das ist nicht so im Haus. Machst du Sport auch, um attraktiver auf Jungs zu wirken? Nein, definitiv nicht. Einfach nur für mich, für mein Wohlbefinden. Hast du dich schon mal beim Sport verletzt? Bis jetzt eigentlich noch nie. Höchstens mal den Kopf gestoßen. Hast du ein Lieblingskörperteil? Also mein Lieblingskörperteil ist definitiv mein Rücken, weil es einfach, man merkt die Stärke und man merkt auch beim Training halt eher und der Muskelkater ist auch vom Gefühl her besser da oben. Danke, dass ihr mir bei meinen Sportübungen zugeguckt habt. Ihr könnt natürlich jeden Tag bei unserer Klassenfahrt dabei sein. Also schaltet morgen wieder ein. Tschüss!